Beim Schärfen von Messern und Werkzeugen nutzen sich alle Schärfsteine zwangsläufig ungleichmäßig ab. Damit Sie trotzdem weiter präzise schärfen können, müssen Sie Ihre Banksteine regelmäßig abrichten. Wir zeigen Ihnen, wie es geht. Beim Schärfen, ganz gleich ob von Messern oder Werkzeugen, wird die Oberfläche der Banksteine unterschiedlich stark beansprucht. So nutzen sich die Schärfsteine meist an den Enden und zu den Ecken hin weniger stark ab als zur Mitte hin. Bei weichen Steinen geschieht dies schneller als bei hart gebundenen Wassersteinen, jedoch müssen Sie auch diese von Zeit zu Zeit abrichten. Das ideale Werkzeug zum Abrichten sind Diamantplatten. Diese gibt es von mehreren Herstellern in unterschiedlicher Ausführung mit vollflächiger oder unterbrochener Diamantbeschichtung. Wir zeigen Ihnen beispielhaft das Abrichten mit dem Nano-Hohn-Abrichtblock NL10 mit Zylinderscheiben aus einer Diamant-Metallmatrix. Am besten richten Sie Ihre Banksteine nach jedem Schärfen ab. Dann sind die Steine bereits eingeweicht und Sie können sofort mit dem Abrichten beginnen. Ansonsten wässern Sie Ihre Steine vor dem Abrichten etwa 10 bis 15 Minuten. Legen Sie zum Abrichten den Bankstein auf eine rutschfeste Unterlage bzw. in den Schleifsteinhalter. Sprühen Sie den Stein zusätzlich mit etwas Wasser. Legen Sie den Abrichtblock auf und führen Sie ihn in kreisenden Bewegungen oder abwechselnd diagonal über den Stein. Drehen Sie den Bankstein von Zeit zu Zeit und achten Sie darauf, dass er stets ausreichend mit Wasser benetzt ist, sodass der entstandene Schleifschlamm abfließen kann. Das Abrichten ist abgeschlossen, wenn der Bankstein wieder eine komplett durchgehend glatte und saubere Oberfläche zeigt. Zum Abschluss reinigen Sie den Bankstein gründlich. Wenn Sie mehrere Banksteine abrichten möchten, beginnen Sie am besten mit dem feinsten Stein. So vermeiden Sie, dass Partikel von gröberen Steinen die Oberfläche der feineren Steine verkratzen. Richten Sie Ihre Banksteine direkt nach dem Schärfen wieder ab. Dann sind Sie stets startklar und können mit dem Schärfen jederzeit beginnen. Wenn Ihnen der Film gefallen hat, abonnieren Sie den Dictum YouTube-Kanal. Bei Fragen hinterlassen Sie einen Kommentar.